Das Fußball ist sehr schnelllebig, habe ich noch zum Team gesagt, wir haben leider sehr schlechte Nachrichten vor dem Spiel erhalten und auch die Woche vorher beim Training und jetzt im Spiel, ja, also Tom Schneider ist verletzt, Julian Graf verletzt und leider muss unser wieder Neuzugang, Kasper, leider die Laufbahn mit 20 Jahren beenden und da denke ich doch schon sehr darüber nach, wie schnelllebig doch dieser Fußball ist und wie man halt auch so einen jungen Menschen weiterhelfen kann. Untertitelung des ZDF, 2020